Hallo zusammen, mein Name ist Andreas Höhne, ich bin Unterabteilungsleiter in der Business Unit R im Bereich Produktion Logistik und zeige euch heute meinen Arbeitsbereich. Mein Team und ich sind zuständig für den Betrieb des Standortes, also sowohl für die Gebäudetechnik, aber auch für das Thema Mitarbeitermobilität. Das bedeutet, wenn Mitarbeiter von hier ins Werk müssen oder zu anderen dienstreisen, haben wir oder stellen wir Fullparkfahrzeuge bereit. Wir sind für logistische Dienstleistungen zuständig, das bedeutet, wenn man von hier ein Fahrzeug verschicken möchte oder Bauteile, sind sie bei uns an der richtigen Stelle, nehmen auch Bauteile und Fahrzeuge an, Verschrottenfahrzeuge. Und wir haben auch ein Lager, wo meine Mitarbeiter und ich dafür zuständig sind, sämtliche Versuchsteile hier einzulagern, die für Versuche der Business Unit R gebraucht werden. Ich bin seit 13 Jahren bei Volkswagen, davon im 11. Jahr bei der ehemals Volkswagen R GmbH, mittlerweile bei der Business Unit. Habe einmal zwei Jahre Unterbrechung gemacht, weil ich bei der Konzernlogistik eingesetzt war und bin seit 2021 wieder hier, in der Funktion, in der ich jetzt bin. Schlussendlich hat mich zur Volkswagen R geführt, eine Bewerbung, damals nochmals Praktikant in der Konzernlogistik. Und als dann endlich die Antwort kam auf die Bewerbung und die Einladung zum Vorstellungsgespräch, war ich super glücklich. Und natürlich war ich noch glücklicher, als dann noch die Zugang kam und freue mich natürlich, wenn ich auch ein bisschen länger auf hier arbeiten kann. Also an meinem Job macht mir Spaß, dass mein Team und ich viele unterschiedliche Tätigkeiten haben, die es so in der Marke oder bei Volkswagen selbst nicht mehr gibt. Und in jeder dieser einzelnen Bereiche müssen wir auch so professionell unterwegs sein, damit wir jegliche Fragen beantworten können. Und dieses breit gefächerte Wissen, was wir dafür brauchen und die Zusammenarbeit zwischen uns als auch mit der Marke Volkswagen finde ich unglaublich anspruchsvoll, herausfordernd und das macht mir großen Spaß an meiner Arbeit. Also ein Team ist für mich eine Einheit, wo aber jeder so individuell ist, dass es eben die große Herausforderung für mich als Führungskraft ist, jede einzelne Persönlichkeit so individuell zu coachen, dass am Ende dieses gesamte Team funktioniert. Mir macht es großen Spaß, dieses Team so anzuleiten, dass sich jeder in diesem Team integriert fühlt und das ist für mich das A und O als Führungskraft und auch das A und O hier in dieser Unterabteilung. In meiner Freizeit als Ausgleich zu meiner Arbeit bin ich sehr gern mit meiner Familie zusammen. Ich habe zwei Töchter und eine wunderbare Frau. Wir machen Ausflüge, reißend sind wir am Wolfsburg unterwegs, am Allersee. Da habe ich meine Frau auch kennengelernt beim Drachenburgfahren. Deswegen nutzen wir auch die Zeit, häufig mal da hinzufahren und da einfach ein bisschen abzuspannen und die Zeit zusammen zu genießen. Das war meine Mitarbeiter-Story bei Volkswagen Air. Ich hoffe, euch haben die Einblicke in meinen Arbeitsalltag gefallen. Hier oben findet ihr noch weitere Videos von weiteren Kollegen. Schaut doch gerne mal rein. Viel Spaß dabei und Tschüss!